halli hallo liebe leute zum siebten ich glaube der siebte teil von among the sleep wir haben ja ein klitzeklitzekleines problemchen und zwar wollten wir in dieser folge erst an diesem hebel ziehen jetzt bin ich hier allerdings rein marschiert und das bild hat geladen und der hebel ist schon gezogen irgendwie hat mich dieses spiel verarscht aber ich bin ja nix anderes gewohnt sieht aber so aus als müsste ich hier rüber oh nein da hinten ist wieder so eine zeichnung ist das viel ich will da nicht lang ach du scheiße haha sehr witzig ich lach mich tot ja 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 Na... Na... Na, Calma. Na, Calma. Oh Gott, ey, wenn ihr mein Herz schlagen hören könntet, ey, um Gottes Willen, ist hier irgendwas? Da ist wieder die Spieluhr. Wir haben ein Steam Achievement bekommen. Ich weiß nicht, ob uns das jetzt weiterhilft. Ich denke mal eher nicht. Da liegen diese Stiefel, diese unsäglichen, kläglichen. Das lassen wir mal auf, vielleicht müssen wir ja zurücklaufen. Dann können wir uns da drinnen verstecken. Ach du Scheiße. Ein Glück, da kommen wir nicht hoch. Ha, das ist gut. Scheinbar müssen wir echt hier lang. Und ich habe überhaupt keinen Bock hier lang zu... Was war das? Oh nein, oh nein. Andere Richtung, andere Richtung, andere Richtung. Wo ist das Ding? Wo ist es? Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Verdammte Scheiße. Ist hier aber mal eine Ruhe. Da ist so ein Bild. Wahrscheinlich müssen wir da rein. Da ist es mir eindeutig zu dunkel. Da will ich nicht hin. Ach du Scheiße, ist das verwirrend hier. Lauter Türen und Flure. Egal. Geh mal rein. Was kann uns schon passieren? Ne? Ah! Ah! Wisst ihr was, Leute? Leck mich echt. Was mach ich hier eigentlich? Gott. Alter. Okay. Durch. Einfach durch. Einfach durch. Einfach durch. Okay. Das sind immer die gleichen bedrohlichen Bilder. Ja, ja. Schwarze Matsche auf dem Boden. Alter. Leck mich doch. Hörst du mich gefahren? Ich lach dir ins Gesicht. Hahaha. Komm doch her. Komm doch her. Willst du mir Angst machen? Ich mach dir gleich Angst. Verdammt, wo bin ich denn? Ich hätte doch garantiert irgendwo anders hingemusst. Und was ist das da? Was ist das da? Toi, das ist verschlossen. Am Arsch, Leute. Am Arsch hängt der Hammer. Okay, hier ist. Da oben. Ach, muss ich da vielleicht einen Ball nachschmeißen? Objekt hältst, kannst du es mit Right Mouse Button werfen. Okay. Okay, das war... Das war... Das war ein totaler Oberfail. Scheiße. Die Spielphysik ist ja... Das... Dieser... Tennisball, der... Okay, aber ich darf auch nicht vergessen. Ich bin ein zweijähriges... Kleines Mädchen. Mädchen hatten sowieso in der Schule schon immer Probleme zu... Mit dem Werfen. Komm ich hier irgendwie auf das Ding drauf? Nee, ne? Achso, Moment. Mit... Mit dem rechten Maus Button. Okay. Okay, ja, okay. Das ist ein Fußball. Der ist... Fußball und Mädchen ist ja noch schlimmer. Nehmen wir mal einen Tennisball. Ha-ha, ja, langsam. Es wird. Es wird. Es wird. Ja! Aaaaaaah! Ooooooh! Ooooooh! Ich gehe mal davon aus, dass das dem Monster, das hier rumschwirrt, nicht gefallen hat. Oh, das kleine, das kleine Mädchen, das krabbelt jetzt schön durch die Glasscherben. Wunderbar. Sehr gut. Ja! Hörst du mich, Gespenst? Ha! Da hinten ist wieder so eine Tür. Die hier machen wir erstmal zu. So. Oh! Was ist hier los? Was denn? Ooooooh! Leckt mich, Leute. Ich gehe nach Hause. Was hab ich mir nur... Was hab... Ich will das überhaupt nicht wissen, was das für ein Geräusch ist. Ich will hier weg! Blöder Flohzirkus, du. Ah, ich wette... Da hinten kann doch wieder was rauskommen, oder nicht? Da komme ich aber nicht lang, beziehungsweise... Da komme ich schon hoch, aber momentan kann ich da noch nichts machen. Ich kann hier dann hoch... Das kann ich ja schon mal machen, den Weg vorbereiten. Genau. Da kann ich hier nämlich raufklettern. Da lang, da hoch. Nur für den Fall, dass ich's eilig habe. Weil das da... Sieht... Oberekelhaft aus. Und... Wenn es nicht die lineare Spielkonstruktion wäre... Das Game Design... Oder das Level Design... Dann würde ich dort nicht lang gehen. Wenn mich dieses verkackte Spiel nicht dazu zwingen würde. Hört ihr das? Ich gehe hier nicht freiwillig lang. Tap, 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 tap. Aber bis jetzt geht das ja noch ganz gut. Offensichtlich. Komm herh! Komm herh! Haha! So look... Ah! 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 Auf! Siehste... Ich... Ich hab's schon wieder geahnt. Ich hab es doch geahnt. Ha! Aber soll sie mir erst mal zeigen, wie sie auf den Schrank kommt? Hahaha! Hahaha! Das blöde Monster... Das blöde... Das verkackte... Siehst du mich, Monster? Haha! Wer ist hier der King? So... Wenn ich dieses Schild richtig entziffere... Wenn ich dieses Schild richtig entziffere, geht es hier zum... Stern. Und wir wollen ja zum Stern, denke ich. Denke ich mal. Dahinten ist irgendwas, aber da komme ich wohl nicht hin. Ich brauche also diesen Stern, um da hinten diese Sterntür aufzumachen. Schätze ich mal. Monster, Tisch... Das Baby da drunter. Soll mir wohl sagen, dass es immer sehr gut ist, sich unter nem Tisch zu verstecken. Da werde ich wohl nicht lang kommen. Was ist denn... Können wir mal geflaggt... Schließen. Ah! Was ist... Leck mich! Da ist der Stern. Und da... Wurden mir doch gerade Bälle gegeben, oder nicht? Nehmen wir ihn doch mal mit, den... Baseballball. Nein! Du... Dummes, dummes Kind. Komm, hopp, hopp. Ah... Warte mal ab. Das allererste, was ich mache, ist erstmal im Schnellmodus. Da unter diesen... Diese Küchenzeile flitzen. Das klingt hier nämlich alles... Mächtig... Verdächtig. Wenn ich mir vorstelle, was passiert ist, als ich das letzte Ding da geholt habe. Na komm. Wir haben ja keine Wahl. Nein, 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 bleib dabei. Bleib hier. Bleib hier! Vielleicht machen wir das da drüben doch wieder auf. So, dann jumpen wir runter. Und verstecken uns unter dem Ding. Ganz toll. Dann haben wir noch Apple. Und ab dafür! Und ab dafür! Und ab dafür! Und ab dafür! Und zu die Tür! Und zu die Tür! Scheiße! Wie kommen die Teller hier rein? Ich habe keine Ahnung, wie die Teller hier hingekommen sind. Aber ich habe das Gefühl, sie haben mich beschützt. Ich habe dais. Ich habe dais. Ich habe dais. Ich habe dais. Wenn ich dais. Und woher die Tür ist, ist. Ich habe dais. Ich habe dais. Ich habe das Gefühl, sie haben mich beschützt. Ich bin dais. Warte, jetzt ist doch aber das Ding andersrum hier. Kommen wir hier vielleicht... Ist das vielleicht eine Abkürzung? Diese Höhlenmalerei macht's echt nicht besser. Aber wie eine Abkürzung sieht das hier nicht aus. Ich muss doch zur Sterntür. Ach du Scheiße, da ist ein Tisch, da ist ein Tisch, da ist ein Tisch. Ab unter den Tisch. Da, da hat sich was bewegt. Es ist also nicht mehr die Sumpf... Ömse. Es ist jetzt so ein komisches Schlabbermonster. Also die Sumpfömse scheinen wir los zu sein, Tante Trude. So. Da kommen wir wohl nicht hoch. Da kommen wir auch nicht lang. Da haben wir gerade zugemacht. Ah, also immer wenn man... Lärm macht. Da ist der Weg da hinten ja quasi prädestiniert für. Lärm zu machen. Dass er sieht aus als... Hey, komm her, versteck dich. Weil hier kommt garantiert gleich was. Auf dich zu. Aber hey. Warum denn eigentlich nicht? Lass die blöde Tür offen. Lass die blöde Tür offen. Okay. Das räumen wir auch zur Seite schön. Farbeimer. Räumen wir auch zur Seite. Schön. Hat schon mal einer von euch... Verdammt, wie hieß dieses... Wie hieß dieses Spiel? Wo man Türme bauen musste. Mit diesen Holzbausteinen. Der unweigerlich irgendwann zusammengebrochen ist. Ja, es tut mir leid. Es ist nervig. Es ist nervig. Oh nein! Huch, da war eine Flasche umgekippt. So, dich auch zur Seite. Dich auch. Können wir uns wieder verstecken, wenn wir müssten? Ich lege mal da auch ganz gemütlich hin. Euch können wir zur Seite schieben. Du stehst auch im Fluchtweg. Und zwar mittendrin. Lass doch die scheiß Dinger heile. So. Hö, 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 Hö. Ha, sind wir Schleicher. Schleicher und Spione. So, schön an den Rand. Und... Na, okay. Wieder ein Bild. So, schön an den Rand. Jetzt ist die Musik weg. Ich muss aber unbedingt noch bis zum nächsten Speicherpunkt spielen, liebe Leute. Vorher verzeiht mir eine etwas übertriebene Überlänge. Oder ist das? Oh, rein da, rein da, rein da. Geh doch da rein, du blödes Scheißmonster. Scheiße. Wo kam das denn her? Und wieso ist dieses verkackte Baby nicht dahin gegangen, wo es hingehen sollte? Wenn ich erstmal groß bin, ne? Wir haben immer noch diesen Stern im Inventar. Und ich brauche den nächsten Speicherpunkt. Okay, den kann ich direkt rein. Wollen wir mal die Pro aufs Exempel machen? Er kommt! Er kommt! Er kommt! Tür ist zu! Und wir sind sicher. Okay, also bloß keinen Krach machen. Wir haben also ein sehr lärmempfindliches Monster. Das ist ein sehr guter. Warum geht er jetzt hier schon wieder nicht hoch? Okay. Gut. Da kann ich nicht hoch. Hier kann ich lang. Mäntel, Mäntel, Mäntel. Um Gottes Willen, wo bin ich denn hier? Das wird ja immer konfuser. Ich will doch zum Stern. die sterntür ich glaub's ja nicht und ich habe die leise befürchtung dass wir einen unterschlupf gleich gut gebrauchen konnten können von daher lasse ich mal diese kaktür auf wenn meine befürchtungen waren bisweilen immer ziemlich gut nee nein geile erinnerung damit hätte ich jetzt nicht gerechnet das heißt ich komme hier eventuell raus ok liebe leute dann machen wir hier jetzt nen cut und wir gucken uns an in der nächsten folge was die letzte erinnerung bewirkt bedanke mich und tschüss tschüss